GENERATION SINDER So, das nächste, wir werden über die Generation Sünde gehen. Was sind Generation Sünde? Well, ich habe meine erste Frage, die über Generation Sünde, weil ich die Bibel verstehe, wovon Generation Sünde sind, so eine Sache, die unsere Eltern gelehrt haben, oder wenn sie alle ans Vergegungen sind, und wir haben die angenommen. Und wir fingen es dort auch nach Schauf. Zum Beispiel, wenn eine Mom Depression hat, und sie lebt ständig in den Beinen, dort ziemlich klar, dort die Dachter und vielleicht auch die Sehns auch die Depression kriegen. Oder wenn die Großmama immer eine Pelle gebrochen hat, dann geht das dort auf. Und das ist ein Ding, was wir finden, das ist eine Leer, was mit dem Tübchen geconnectet ist. Die Großmama sagt, die Dachter, wenn du dein Sohn so feilst, dann müsst du so eine Pelle brechen. Oder wenn du dein Sohn so feilst, dann müsst du das da. Das wird nicht gelehrt. Wie heute mal eine Frühworte sagen, die der Ältere, der Mom, die hat gesagt, wenn sie einen anderen Tübchen werden, wenn sie schon ein Baby wird, dann muss sie die Pelle haben. Wenn sie so wie eine schwere Tübchen. Und die Früh bräckte die Pelle. Und dann ist das zweite Baby, bräckte die Pelle. Und dann ist das zweite Baby, bräckte die Pelle. Und dann ist das zweite Baby, bräckte die Pelle. Und dann ist das zweite Baby, bräckte die Pelle. Und ich glaube, der hat eine Saaschenja, wo sie ganz gerendlich an diese Pelle werden. Und sie war los davon. So, das ist eine Sache, was wir diese Generation sind erklärt können. Und das ist noch eine andere Sache, was wir auch kennen. Das war eine Brücke. Das war die Teufelschaft von einer Generation oder der Anderen. Und das war das Ferienbild auf dem Reden. Er hat erst den Weihdruck, der er dann an. Der, was von Bitten angekommen hat. Und von der Weihdruck gibt es Angst. Und von der Angst trifft ein Kontrolljahrs rührt. Und wenn der Kontrolljahrs nicht gewöhnen kann, dann gibt es das Weihdruck. So, und was wir vielmals tun haben, ist, dass er das Weihdruck schafft. Manche einer kommt noch an mir und sagt, ich habe Trübel mit Dahl geworden, er kann nicht mehr so sein, er geschafft, als er mit. Aber wenn er Trübel hat mit Dahl geworden, das meint, er hat einen Kontrolljahrs dort und dort verursacht. Und der Kontrolljahrs kommt jeweinlich von Angst. Er lehnt sich nicht an Gott seine Wahrheit. Er lehnt sich an sein Gevielesleben. So, das sind die Generationen Dinge, die wir finden. Da wir in Bruck wie immer erst zu finden, wo ist die Wartel von dort. Und dort, wie wirklich die Kultur, wenn wir das anwenden wollen, oder die andere Wahrheit, was da sind, was auf eine Sinn folge ist. Oder von der andere Wahrheit, die sind es. Und hier habe ich ein Bild, was er gemerkt, von was wir hier sehen können, und was wir viel machen. Wenn wir mit Menschen schaffen, dann wisst ihr euch mal an, was das Vorder für diese Kinder von seiner Eltern hat, und was das eine Mutter von ihrer Eltern hat, und das wirkt sich an die Kinder. Und das meeste, was diese Generationen sind, entwickelt hat, das hat zu tun mit hoge Erwartungen. Was meint hoge Erwartungen? So eine Äldere, weil diese Äldere sind gewas, was sehr viel verlangt hat von diesem Mann. Ohne Leib, kann man sagen. Das verursacht eine Generation sind, dass ihr eerst eine Weidel, zeilig, emotional zu sein, ihr habt das Weidel. Und von der Weidel gibt es eine Angst. Und von der Angst gibt es kein Selbstwert, die viele sich selbst nicht wissen. Und vielmals gibt es eine falsche Duimhüt, die stehlen sich anders durch die Hand, als sie wirklich sind. Und das kann ich Lust geben, worum Lust? Wenn es Lust ist, das ist ein Doppelgefühl an ein Mensch, worum er kann, seine Weidung zu dachten. Das ist, worum vielmals Lust ist. Da kann ich eine Zucht geben, von, dass die Weidung da sind. Und jeslich, passiert, dass die Mensch leicht da ist. Er schafft mit Wirt. Er wird gedrehen von die Seilische Gefühlen, und das kommt jeslich in Wirt. Oder er wird sehr gebietig mit Zorn. Oder er hat ein Seil, stört in Kontrolle, gest über alles. Und er ist recht zu Gott, die Kinder. Das ist, was wir sehr viel machen, was die Generation sind, verursacht das, nur diese Kinder. Und was diese Kinder können haben, Sexlast. Die können verschiedenste solche Dinge starten, wo man sie sich da befriedigen. Fiesisch wird er beschädigt, dort mein Schäperlich. Sexuell wird er beschädigt, und am Geist wird er beschädigt, auch wirklich wird er beschädigt. Und wenn du die Finger da ist, dort an diese dort sind, dann braucht man die Trick zu gehen, und nicht, niemals, das Mensch deutlich machen, dass diese als Schulter an ist. Das hält nichts. Was wir machen, was wir deutlich machen, ist, dass er das Wort angenommen vom Teufel, was von dir gekommen ist. Und wenn er das sein kann, dass er das hat angenommen vom Teufel, dann kann es ihm das Wort Gottes die Wahrheit lernen, dass er Lösungen kriegt. Und wenn wir die Ame lernen, das ist, dass es die Mama schuld, oder die Papa schuld, dann ist das kein Rot für Ame, weil sie kann Papa und Mama nicht ändern. Und wenn er alle sterben sind, dann hat er zwei Mal nicht. So, was wir brauchen diese Generation, die zu halten ist, dem Mensch selbst zu erklären, dass er seine Entscheidung von hier wieder, diese Sinn zu halten, oder dem Teufel loszuschnitten von dort. Und wenn er dort begreifen kann, dann sagt er, dann glaube ich nicht mehr an Generationen sind. Hier ist es nicht vor, wenn wir ein Mensch willen lernen, eine halbe Generationen sind, dass er dort anpackt und denkt, für mich ist keine Hilfe. Wenn er sich in seine Freundschaft geboren, er kann das nicht helfen, dann muss ich sie durchleben. Das ist ein falsches Glauben. So, ich will sein, dass die Generationen sind, aber ich will ihnen sagen, wir wollen nicht ein Mensch machen glauben, dass er bei uns lebt. Wir haben keine Lust davon. Und das sind vielmals die Ursache, die wir finden. Die sind beschädigt worden. Wenn er physisch beschädigt ist, wir haben sie nicht gehört, was eine Karamanees hat, wir haben sie nicht gehört, was eine richtig große Norwe hat, wo er physisch beschädigt wird. Und dann ist er ziemlich sicher in diesem Stück beschädigt. Wenn diese Person eine Generation ist, die von dort gekommen ist, und er zitiert, dann wird die arm verantwortlich merken, ob er da wieder bleibt oder nicht. Das ist seine Wohl. Wenn es Gottes lebt, wird er loskommen von dem Sinn. Und da wird er in der Bibel redet, von der Generation sind, er sagt, besonders die, die Gott hassen. Dort sind die, die diese Generation sind, die bei den vierten Glied, die heimgesucht werden von Gott. Aber er sagt, all die Düsende, die er am Leben hat, die er genetigt sind. Und das ist das Ding, was wir alle Brücken in dieser Generation sind, dass wir nicht Trägwiesen oder Älern erklären, die sind schuld und meine Sünde. Wenn es die Bibel redet, ganz klar, da wird nicht ein Sehen von dem Futter sehen, die sind gestorben. Die können allerlei geleistet werden. So, das ist ein wichtiges Ding. Was wir besonders finden in dieser Generation sind, dass die Zorn, die ich auch von dir redet habe, die Zorn von dem Futter, wenn das Futter zornig ist, tut diese Kinder, dass sie Angst haben. und wenn sie Angst haben, dass sie die Ursache, dass sie die Kinder haben, kriegt das zu den Älern. Und das braucht aufgeschnitten zu sein. Beleidungen sind viel. Depressionen sind sehr viel, was man mit ihnen ankommt. So, das nächste haben wir den Punkt von der Böse Gäste. Pfizer saß Vers 12. Da redet es von, wie kämpft nicht mit Fleisch und Blut, aber wie kämpft mit gewollt, welche Machten, die unter dem Himmel, eine Lauf, sind, in einer Diestenis, harschenden. So, hier sind wichtige Dinge, die wir abbrechen, um die Menschen loszuhalten von dort. Da sind Menschen, die glauben, an diese Böse Gäste. Die glauben da an, dass die Böse Gäste haften über mich. Und ich sage manchmal, wie moeten sagen, dass die Teufel ist dort, die Böse Gäste sind dort, über wie man klar hat, an wem wir glauben. Wenn wir anfangen, an diese Böse Gäste zu glauben, dann geben wir eine Reich, die Böse Gäste an uns schaffen zu lassen. Und das Vers, was ich gelesen habe, das sagt, die wird eine Diestenis schaffen. Ich glaube, dass es viel neuer, dass wir erklären, was Licht ist an ein Mensch, als was Diestenis ist. Und doch brauchen wir die Diestenis zu sein, dass dort Böse Gäste nicht sein kann. Wir können das Licht nachbringen, aber am Diesten, da ist wie die Teufel schafft. Und Zauberie ist ein von den Dingen, wo ich gleich ein bisschen von rede, diese Zauberie, wie können Sie sagen, Haxerie, oder auf Englisch sagen, witchcraft. Die Teufel ist sehr schnell, dass die Menschen will geliehen machen an witchcraft. Da sind viele Christen, die geliehen, dass die Teufel eine Macht haben, uns gebungen zu machen, auf so einen Weg, wo wir da nicht haben wollen. Da sind Zauberie, die erklären viele verschiedenste ütliche Dinge aus witchcraft. Und weißt du, auch, weil die es nicht machen, die ütliche Dinge tun, was nicht wirklich von Gott kommen wird. Das sage ich so klar, im Römer Kapitel 14, der letzte Versch, da sage ich das, wir sollen alles, was wir daunen, ütgloven daunen. Wenn wir nicht daunen, das ist Sinn. So, da sind so, zum Beispiel, da sind so, da wird ein Türen mit einem Nudel haben, und ich brauche dich, wenn sie in anderen Tüten sind, um sein, als ein Juncker im Jahr. Weil ich sage, das tut das nicht. Aber ich will das noch in der Sache sein. Das ist nicht die Nudel und die Türen, was du auch hast. Das ist, was du glaubst, im Hort. Das ist, was du auch hast. Und so würde ich meine Dinge wählen. Andere, die sagt, die wird eine Uhr gecheckt, das ist Haxerie. Das ist Witchcraft. Wahrheit, weil ich könnte sein, weil wir abpassen, für das. Ich würde nicht irgendwo in November ein Lötchen Uhr gecheckt, ein Lötchen wo sein. Nee. Das glaubt du nicht an. Aber, wie soll ich nicht sein, wenn du eine Uhr gecheckt, die Haxerie hast. Das ist, was du glaubst. Das ist, was du glaubst. Das ist eine Uhr. Eine Uhr kostet viel sein. Die Seilische Verbindnis, die ich mit meiner Frau habe, da eckt durch die Uhr. Und wir haben niemals Witchcraft an. Wir haben niemals Haxerie an. So sind Doktors, die checkt einen mit einer Uhr, die können dort sein, wo er ein paar krank ist. Dort werden wir auch eine Rechnung geben. Wir haben keine Uhr. Wenn du ein Stück frei hast, kostet eine Uhr sein, ob das krank ist oder nicht. So sind solche Dinge, wie wir dort nicht aller Witchcraft nennen, was Gott aus Tekens durchgeführt hat für uns. Das sind Dinge, die wir glauben, da haben. Und er sagt, dort, wenn du so ein Eter schaffst, das von einem Teufel deine Eier gepackt, und er hat dort ein Beise. Wenn du ein Beise in den Eten bekommst, dann kriegst du ein Beise in den Eten. Weil er glaubt der Teufel seine Dinge dort. Und bei denen ich aus Christ darf er nicht an dort glauben. Dort fingen wir klar in der Bibel von. Dort, wie sie alle nicht fragen, was er ist, wie wir essen. Aber er hat uns dort nicht beurteilt. Waren wir vierten. Lesen dort mal, studieren dort mal, was wirklich Witchcraft ist. Dort ist am Hort. Dort muss ich klar sein. Das sind diese beiden aberglauben. Dort muss ich nicht teilnehmen an so aberglauben, an all die Altweberfabeln, oder an all die Gefühlsjäste, oder an all die Eberglaubens, die ich fehl in all solche Tekens. Geläuft doch nicht an. Aber sieht doch nicht vor das Wild, wenn er versagt, dass alle Witchcraft, die Witchcraft passiert am Hort. und das ist aberglauben. Wir hören mal einer steht, da vor uns noch kommen, beten, wenn es, da werden wir bei einem Jesen stehen und sagen, wie soll der den Jesen beten? Und er sagt, ja, wie würde er kommen, beten? Ob er dich früh erklären, ich würde nicht in den Jesen beten, wo ich will bei den Jesen beten. wenn ich die will glauben, dass ich dort in die Sto bei dem Jesen beten kann, dann wirst du sehr viele Sto haben, wo er mit dem beten kann. Ich will dich klar machen, dass es bei dem Jesen beten kann, was dich nicht beten kann. Wenn die die Sto beten kann, dort ist, wo der Teufel beten kann. Und das ist, was wir tun. Wir haben eine andere Person, die will beten, sie hat 10 jahres. Wir haben auch ein 10 jahres, die sie beten wollen. Und dann habe ich gesagt, ich will bloß 1 jahres beten. Wir als Christen dürfen nicht uns grüllen lassen, Angst machen von den teufelischen Jesen. Diese teufelische Jesen, die wird und die Mensch wird dies. ist. Dort finden wir, das geschreben. Wenn du ein Ding anfangen zu beten, dann du das nicht. wenn du das im Zweifel hast, wo die Teufel wird. Wenn du einen Drachen hast, dann du hast, du hast, 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 du hast, hast, du hast, du keine düsteren Plage an den Hort, wo man den Teufel schaffen kann. Aber wenn du trieblich handforschen, was ich muss anfangen, dann kann es sein, was der Teufel mit dieser Zauber geschaffen. so hier braucht die Menschen nicht eine Haube. Und das ist das Teufel, das kann er an nicht nicht an und das ist ein Teufel. Wir haben das Teufel nicht von dort. Das nächste Ding, wie die von Gott sind, die erste Johannes, Kapitel 4, die erste 1, da wird ein volles Prophete sein, das sagt, alle Gäste, die sind von Gott. Die sind von dem Christ. So hier wird von Jesus von Gott von Gott von habe Satan sein Ziel an die Gemeinschaft zu stehlen von Gott, die Gemeinschaft von Menschen. Menschen anderen Menschen. Und der Teufel ist ein Mörder. Er versägt die Gemeinschaft mit Gott versägt dort dort im Garten hat die Gemeinschaft zwischen Gott kann er loslassen. und alles wird von er ständig versägt. Sein Ziel ist, dass er die Älter kann ein Glauben zu Gott anbringen. Damit kann er das wieder eine Familie nehmen. Ich will Ihnen erklären, ein christlicher Kind zur Welt bringen. Die brauchen alle eine Entschädung. Aber der Teufel versägt danach, dass die Kinder nicht gehen. Hier habe ich ein Bild, was ein Kind er ist ein Mörder. Er wird gleich diese Kinder zu Mörder mit Generationen Zinde. Hier habe ich Worte von der Mörder die Mörder die Kinder haben eine Generation von Kinder. Die Teufel hat eine Viel von Kinder mit Kinder zu kommen, die Kinder haben. Er kann die Kinder mit Kinder zu kommen, die Kinder haben. Er ist ein Porno. Alkohol Alkohol und wir haben erlebt, dass die Kinder sagen, ich weiß nicht, woher meine Jungen alkohol trinken. ich habe niemals drunken, ich habe immer so hart als ich kann. Aber die Sorn produziert eine Angst. Die Angst kam von der Sorn kam, und dadurch hingen die Jungen in wieder wieder kommen. Das sind die Dinge, die wir auch können loswerden. wir können mit dem Krieg gehen. Ich stehe mit dem Licht und die sind Jungen sagen, was ich mache. was ich mache. Ich habe gesagt, du kannst den Strang hier aufschneiden. Du kannst dich hier aufmerken. Gott ist genug. Er fragte, wie soll der Jungen haben. Er sagt, Jungen, wie wir, sind mitgebracht, ganz hier, und ich habe die Probleme, ich habe, ich ich die jungen, die jungen, die jungen, die die letzte ansehen. an, das geschaffen hat, einer sehr fehl. ist, und dass das auch so steht, die kann wir loswerden. Die Verhältnisse der Familie schützt, und die Älder ist, weil sie ihre Generationen Dinge losmeldet. Und im Namen Jesus, und im Kreuz Jesus, durch Handragen und loswerden. Das ist, wie wir können loskommen von das. Das anmoralisch erleben, die Erklärung, die ankeusch hat, das gerade so, worum das ist, dass sie es haben, um zu viel zu tun. Und sie fühlen, sie sind sehr deep, und in das anmoralisch erleben, und das sex erleben, als ein deep mit viel zu leben, sehr viele Menschen gehen da, wenn sie da haben, weil sie kennen ihre Schwierigkeiten, ihre Weidungen zu dachten. Und weißt du was? Hier sind gerade so eine Dinge, die Generationen sind wiederdrehen, weil die Vorderung hat, dann geht das eben an die Kinder nennen, an die Junges nennen. Das Porno, Sexgedanken, Lust, und Fleischerslast, Hurari, all diese Dinge, dort ist viel daal an die Monsliebären, und anst die Mestruhe, in deep je viele, in China-Zuilische Verbindnis. Das ist, was die Wahrheit, woran wir uns die beteben, sich mit diese deep je vielen. Und diese deep je viele verurzaken, dass sie je bogen sind, sie können nicht das Leben rückbringen. Beide, dass sie die Menschen sie sondern verbrechen, sie zu